Das ist schön rutschig, da kann man ein gutes Vorderrad blockieren lassen Wie komme ich da hin? So, jetzt habe ich eine Idee wie ich da hin kommen kann Nämlich von der anderen Seite Das blockierte Vorderrad Man kann sogar ein bisschen lenken mit blockiertem Vorderrad Ja, nur ein ganz bisschen Wobald man ein bisschen schiefkommt, rutscht es einen weg Na, na, ganz schön weit gekommen Lustig Ja, ganz schön Ja, ganz schön